ja liebe leute ich scheint auf der richtigen fährt um sein und damit ein herzliches willkommen zurück zu let's play metro exodus so weiter geht die reise oder so irgendwie ist der richtige weg zumindest die vermutung eines richtigen weges der letzte folge aber ja so ein bisschen naja ihr wisst wie ich das meine ja ich will gern jetzt mit 1000 ich habe vermutet dass wir genau da hin müssen aber die weiß ich nicht weiß dass ich weil ich nicht weiß was mich da so erwartet bist du mit der schütze bist Was ist das? Also, halte die Augen offen. Das ist unsere Chance, Ausbilder zu werden. Ich riege mich gerade nicht so schlecht. Wer ist da? Wir sehen besser. Wer ist da? Hilfe! Was ist das? Da ist der Eindringling! Da! Leute, heute muss ich nicht warten! Scheiße. Wer könnte das in dem Durchgang da sein? Der Eindringling! Der Eindringling! Der Eindringling! Der Eindringling! Der Eindringling! Der Eindringling? Ich seh keinen! Warte! Scheiße! Wie will er da nicht durch? Wollt er da nicht durch, oder was? Das ist der Eindringling! Das ist der Eindringling! Der Eindringling! Der Eindringling ist hier! So! 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 Ich hab ihn im Visier, Leute! Ich hab ihn im Visier, Leute! Treffer versinkt! So! 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 Äter... warn so gut! Jetzt habe ich ihn durch. Gut. Scheiße. Ja. Was ist denn? Das ist blöd für die. Ah, verdammt. Ja, verdammt du Rotze, Alter. Jetzt habe ich zwei. Da ist der. Ist gut. Ja. Tschüss. Kaputt. Was ist der denn? Da. Ah. Tot. So, ist jetzt irgendwie mal wieder gut, oder? Über uns, ja? Oh, ich hätte ihn. Ich habe den Streuner im Visier, Leute. Da, da unten. Ah, ich leck mich doch. Triss das, du Streuner! Da. Ja. 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 ist jetzt immer mal wieder gut oder alter ja der ist aber da irgendwann auch noch und da hinten kommt was ich habe keine ahnung wo die sind da hinten ja genau treffer leute da hinten tot so jetzt habe ich ihn wenn das normale sniper gewehr wäre und ich in dem g was um mega verziehen würde das ist nämlich in dem g nämlich seht ihr eigentlich das ist Ah. Okay. Ja. Ich sehe allerdings ohne Gewehr tatsächlich besser. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Also irgendwie da in die Richtung muss ich. Oder warte mal, in die Richtung, ne? Ah, ein paar Pfeile, okay. Das ist in meinen Augen besser als gar nichts. Ja, komm her. Wo bist du denn? Da ist der. So, war ist das oder? War es das jetzt oder kommt da noch mehr? Gut. Jetzt habe ich zumindest neben dem Pfeilbogen habe ich noch einen G. Ja, ich weiß. Wir sollten das nicht machen müssen, aber hast du nicht gesagt. Ich habe vorhin jetzt mal Ruhe. Ich kann mir jetzt hier erstmal das ganze Zeug von denen looten. Zumindest was macht man, was ich jetzt so nebenbei finde. Ah, es ist schön, wenn ich eine tausend Leute nach dir suchen. So, die Snipermonie. Also, ja. Wunderbar. So, wie weit müssen wir jetzt? Ich hoffe nicht, richtig zu sein. Da unten ist das Boot, oder? Scheinbar, ne? So, dann würde ich sagen, ob das der... Diesmal hat das ein bisschen was länger genommen, weil es ein kleiner Zwischenweg war. Aber das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Metro Exodus. Und dann versuchen wir mit dem Boot Richtung Damm zu kommen, um die anderen zu finden. Bis dahin und auf Wiedersehen.